Wieder in Graz, wieder in der Stadionmarkt zu sein und wieder in Österreich zu sein, das ist meine Heimat. Und ich bin auch sehr glücklich, dass ihr alle hier seid in diesem Stadion. Vor 55 Jahren habe ich mein erstes Bodybuilding- und Gewichthebertraining hier in diesem Stadion begonnen. Unter den Sitzplätzen, wo ihr sitzt, waren die Trainingsräume der Athletik-Union Graz und da habe ich mein erstes Gewicht gehoben. Und heute seid ihr alle hier in die Schlussfeier, in dem Geburtsort von meiner athletischen Karriere. Und heute feiern wir die Schluss-Zertmonie. Und wir haben sehr viel zu feiern, weil das sind jetzt die besten und die größten Winter Special Olympics Games je in der Geschichte von Special Olympics. So gratuliere! Wir haben 2700 Athleten von 107 Ländern, 3000 freiwillige Helfer. Über 5000 Familien, Mitgliedern und Freunde, die hierhergekommen sind mit den Special Olympians. Das ist wirklich eine riesige, riesige Leistung. Also, heute bin ich sehr glücklich, dass alle hier in diesem Stadion hier in diesem Stadion gewonnen haben. Und ich habe gesehen, dass ihr performt. Und ich möchte euch congratulieren. Denn hier in diesem Stadion, die größte Athleten in der Welt haben performiert. Aber ihr seid wirklich die größte Athleten in der Welt. So, big, big hand to all of you Special Olympians.